Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Dinkum. So, heute wird mir mein Kaffee nicht kalt, ich habe nämlich ein Stöfchen drunter. Wir sind nämlich bei knapp 19 Grad. Ich heize natürlich noch nicht, ja. Selbst mein Feuerzeug arbeitet jetzt mit Strom, nicht mehr mit Gas. Also nur damit ihr mal wisst, ja, hier wird richtig gespart. So, was machen wir denn? Oh, scheiße, schon wieder Briefe vom Finanzamt Milburn. Die Bank ist pleite, dein Geld ist weg, oder was? Ach, du hast Kopperohre gefunden. Ja, das ist ja nett von dir. Hätte ja sein können, dass er mir mitteilt, ne? Bank pleite, tschüss. Hab jetzt zwei Millionen, bin weg. Ihr wisst, wie so Banker sind, ne? Das sind die Schlimmsten. Ja, mal gucken, was das Loch so rausgeholt hat. Wir haben ja eigentlich von allem, ne? Ist ja jetzt nicht so, als wenn wir dringend bräuchten. Das Einzige, was wir, wie gesagt, noch bräuchten, wäre fünf Fische, sechs Critter und, ähm... Wieso habe ich mich wieder nicht drum gekümmert? Filster Wellen, sitte ich. Boah, ich wollte so dringend nochmal gucken, welche Tiere mir fehlen und wann ich die kriege, ne? Ich bin wieder nicht dazu gekommen. Was ist das da eigentlich? Was genau? Das Loch? Ist ein Loch im Boden. Hör mal, du blöder Hai. Komm mal her jetzt. Komm. Ja gut, das war nicht weit genug. Nicht ins Boot. Komm, hier. Du kannst bei Franklin Löcher kaufen, wenn du die Dinger da hinten meinst. Die heben dann Sachen aus dem Boden. Weißt du, das ist aber auch sinnvoll. Du kennst ja bestimmt aus Two Point Hospital, miet den Aal. Da kannst du den Aal mieten und hier kann man sich Löcher kaufen. Und ein gutes Loch kann man immer gebrauchen. Und das gab es, glaube ich, schon bei Tom und Jerry oder so. Irgendwo in irgendeiner von diesen Dingern gab es auch schon mal, äh, wie sinnvoll es ist, ein Loch zu haben. Weil das kann man dann nutzen, weißt du? Leute verschwinden lassen. So. Ein toter Hai am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Da, 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 da. Was machen wir denn heute? Was haben wir denn heute im Plan? Weiß das jemand? Ja, Fussel, du kannst schon richtig laufen. Du kannst das doch schon. Du bist doch ein großer Junge. So ein bisschen Flake weg. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind so langsam, bis auf diese ganzen Sammelaufgaben, so langsam auch am Ende von Dingern. Kann das sein? Mein Gefühl sagt mir, uh, die schmeißen die. Da seht ihr mal, wie reich die sind, dank uns, weißt du? Wir bezahlen hier alles und die können dann einfach irgendwelche Tin-Barren wegschmeißen. Dort ist denen egal. Weißt du? So, äh, ja, sag mal, habe ich nur Donation für dich? Nicht. Ja, dann, du bist, weiß ich auch nicht. Dann sag mir doch mal, was fehlt dir denn noch? Junge, du musst doch mal mit mir reden. Da wird Fleisch fällig? Ach, egal. Fleisch haben wir auch genug. Da ist eine Fliege. Oh, auch nicht mehr. Hallo, John. Wahrscheinlich brauchen wir sie gleich. Ach, komm, ich mache mal ein Inventar leer. Was habe ich denn hier? So was und so was und so was. Ist nicht viel, aber, weißt du? Ja, das ist auch nicht viel, das stimmt. Ja, aber nur so geizig. So, Spülmaschine habe ich gerade ans Laufen gebracht. Bringt auch komische. Äh, Alpha Bush Devil muss ich töten. Sehr gut. Photo Request would love to see, äh, phone take near this location. Hi. Erwin, was ist? Ja, so heiß ich. Aber du weißt, wenn du dreimal den Namen FettLP sagst, dann steige ich eine Woche später aus deinem Fernseher und ertränke dich. Und dann nichts zu sagen haben. Du bist mir eine Pfeife, du. Ah ja. Hauptsache, ich wohne hier. Closed. Ja, wo bist du denn? Hallo? Da ist der alte Mann. Hinter den Kulissen ist ein bisschen hässlich hier, ne? Ich weiß nicht, was machen wir heute? Haben wir irgendein Ziel? Ich könnte einen Rasen mähen. Oh, der macht sich an die Junge ran. Ey, weg da, ist mein Mädchen. Opa. Keiner will dich. Ach so, wir sind ja auch schon bestbefreundet. Ja, was das heißt. Was wir natürlich machen können, wir könnten mal alle annehmen. Und, ähm, die Jobs erledigen. Und hoffen, dass wir, äh, weißt du? Den Helm kriegen. Wow. So, machen wir das doch so. Weißt du, so kommen die an Challenges. Das mache ich genau ein einziges Mal. Und werde dann furchtbar kotzen und sagen, mal hier nie wieder. Oh. Betten wir? Ich kenne mich doch. Ist ja immer das Gleiche mit mir. So, ähm. Ein bisschen Puh. Der Bär. Ey, sag mal, ihr blöden Kanickeldinger. Du machst hier alles kaputt. Ja. Ich weiß nicht, wofür ich die Zäune ziehe, wenn ihr hier jedes Mal reinkommt. Ist verboten. Böses Unkraut. Ne, so geht das nicht, weißt du? Du kannst ja nicht einfach da drin rumhüppeln. Brian haben wir Dings, haben wir... Franklin, warte doch mal. Franklin. Ja. Brauchst du irgendwas? Artie Stu. Ja, ich guck mal nach, was das ist, ja? Vielleicht kann ich es ja schon herstellen. Artie Stu. Oh, ich hab' wir da alles machen müssen jetzt, ne? Fletchie! Komm mal, du sitzt hier auch ganz alleine, oder? Keiner kommt hier rein, keiner will was von dir. Die hat auch ein tolles Leben. Wahrscheinlich schläft die den ganzen Tag. Ein Stinkbrug. Mhm. Ja, ja. Stinkbrug als Dessert. Grüß Sie. Gehen wir hin. So. Habe ich den alten Sack schon? Den habe ich schon gefragt, ne? Warte, 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 warte. Da ist Stinkbrug. Irwin, was willst du denn haben? Gar nichts. Der hat Stimmbandkart da. Oh, ob ich Möbel habe? Hm, das weiß ich jetzt aber nicht. So, was ist denn mit Klöver? Klöver. Der Zylinder könnte mir gefallen. Kein Problem. Und das Schlimme ist, morgen wird sie wieder denselben Muff tragen, weißt du? Jetzt überfordern wir das Spiel mal. Brauchst du irgendwas? Ja, ja. Trawalla. Alles klar. Kriegen wir da innen. Kein Problem. Wir müssen eh Fische catchen. Also insofern. Fragen wir Ihnen ja auch noch. Sag mal, du als Außenstehender. Was willst du haben, Junge? Brauchst du hier irgendwas? Ja, ja. So, ciao. Schön verschwitzenden Hut gekauft. Dann machen wir jetzt als erstes Fische, wa? So. Hätte ich abpacken können. Was brauchen wir denn? Jetzt machen wir mal das weg. Das, 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 das. Das, das. Alles weg. Angelbuch. So, wir brauchen... Was war das? Alpha, Bush, Devil, Moon, Butterfly, Travalla und Mangrovenjack. So, haben wir hier einen Mangrovenjack. Wobei wir hier in der Mangroven sind. Also hier hätte ich jetzt mal einen Mangroven erwartet, aber... Wer weiß. Travalla war das noch, ne? Da ist der Travalla. Ich glaube, das ist kein Travalla, ne? Komm jetzt näher. Was ist denn dicken da im Auge mal? Hier, guck mal. Lecker. Fühl dich angelockt. Komm. Ich bin so zäh heute wieder im Hirn, ne? Das ist... Oh, Mann, ey. Für mich ist alles heute schnell. Alles. Ja, ich weiß nicht, warum. Das Bett war frisch gezogen. Ich habe so das Gefühl, ich habe heute so... Oh, da ist ein Hindernis. Wo? Es ist unglaublich. Wie lahmarschig manchmal das Hirn sein kann, oder? Ach, Mann. Ja, den Fisch interessiert mich ja nicht. Komm hier. Jetzt komm hier hin. Bist du überhaupt ein Travaller? Ich weiß es nicht. Komm. Schnapp. Das war nur eine Blumenmuschel. Die brauchen wir nicht mehr. So. Ja, komm, Dickerchen. Und das andere war ein... Ich vergesse das auch heute wieder. Also manche Tage, ne? Das sind so ganz komische Tage. Wirklich ganz komische Tage sind das. Mangrovenjack. Ich weiß nicht. Ich verstehe das auch nicht. Komm, hier, Mangrovenjack. Vor allem hatte ich gerade, bevor ich losgefahren bin, ne? Sagte ich mir mein Gehirn noch. Denke aber daran, die Kamera mitzunehmen, weil du musst ja auch noch ein Foto machen, ne? Habe ich die Kamera mitgenommen? Na. Weil genau in dem Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, war die Gedanken auch schon wieder. Kann man so was trainieren? Kommt halt mit dem Alter oder, oder? Ich weiß nicht. Manchmal verzweifle ich da dran. Ist das jetzt dieser Abbau, von dem man spricht, im Alter? Könnte ja sein, weißt du? So. Wer wollte denn jetzt was? Muss ich mir auch noch alles merken. Also, John wollte den Travaller. Dann werden wir dem schon mal den Travaller geben. Hi. Weil ich noch keinen Kaffee hatte. Das konnte sein. Bitte sehr. Rudden Couch. Alles klar. Das bringt mich zu dem Nächsten, der gesagt hat, ich möchte Möbel haben. Also, Melvin und Fletch und Irwin. Irwin. Ja, ich könnte dir eine Couch geben, Junge. Ja, habe ich gerade ein Geschenk bekommen. Ich weiß nicht, was das ist, aber hier kannst du es haben. Ich fuhre die Tore. Ja, ja, mhm, ja, 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 ja. Teapot. Ja, danke. Was soll ich denn damit? Wer war das? Milburn, ne? Haben wir gesagt? Milburn? Habe ich Milburn gesagt? Du hast ja auch eine ganze Woche in deinem Büro gesessen, weißt du? Nee, nee. Ich arbeite noch dran. Scheiße. Ja, dann ist das, Alter. Ich kann mir noch nicht mal mehr so was merken heute. Das ist, ach, heute ist so ein Tag, weißt du? Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Collect Stinkbock und... Melvin. Milburn, Melvin. Mein Gott, es gibt so viele Namen auf der Welt. Hi. Äh, ja, ja, ja. Du wolltest da irgendwas, oder? Hier, habe ich, glaube ich. Mangroven-Jack, genau. Warte mal, ich habe hier so einen ganz alten Fisch in der Tasche. Da. Der Hut? Nicht. Hm, danke. So, gehen wir schnell mal zur Oma Fletch. Von der habe ich das übrigens auch, äh, den, den Yon zu ärgern, weißt du, den Giftspinnen unter das Kopfkissen zu legen. Und so macht das jetzt mit so einem Stinkbock. Wir alle hassen schon. Apropos. Ja, läuft ja hier, wa? Wird ja überhaupt nicht gespendet. Scheißdorfbewohner. Äh, gut. Dann müssen wir noch hier irgendwie Blue Moon und so, ne? Zweimal war es, glaube ich, Blue Moon. Uh, frisches Fleisch. Scarlet. Scarlet. Fly Blue Moon. Ich meine, so wächst natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Hut kriegen. Den schönen Hut mit der Kerze drauf, weißt du? Ich bin ja mit dem Motorrad nicht so gut klargekommen um den Dynamite. Leider. Fand ich eine gute Idee, aber... So, wer möchte denn, äh, Milburn und, äh, Ryan? Ryan, musst du arbeiten. Hi. Ja. Ja, ich kann dir helfen. Du wolltest ein Schmetterling haben. Ach, den willst du hier ins Haar stecken? Der andere stinkt schon, weil der so lange da drin hängt. Alles klar. Ja, sei. Bitte sehr. Ja, ja. Hm, 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 ja, 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 ja. Erzähl mir mehr von gestern. Ciao. Ne Flatcap. Toll. Kommen jetzt alle hin? Feierabend hier? Wo ist denn Milburn? Wenn man jetzt Mitarbeiter suchen... Wo sind die denn schon wieder? Tiere haben wir uns auch noch nicht gekümmert. Ach, du Kacke. Müssen wir uns doch beeilen, sonst kriegen wir doch alles nicht mehr von denen. Ja, entschuldige. Das ist hier alles wieder unaufgeräumt. Also wenn du Zeitstress hast, bist du hier wirklich aufgeschmissen. Wird ja nicht ein bisschen wenig Eier heute? Ja, tu doch mal, sieh so Vieh da weg. Ich will das Ei haben. Geh mal weg, Vieh. So, das war genug Liebe. Jetzt müssen wir noch mal schnell milchen. Also bevor die sich pennen legen, weißt du, dann kommt ja nichts mehr dran. Dann ist ja vorbei hier. Siehste? Letzte Sekunde gewesen, sozusagen. Die sind auch schon Bubu machen. Toll. So, ich hab noch ein Schmetterling für dich in der Hose. Hier, komm. Ich muss hier nicht da raus. Prockel den wohl nicht selber aus meiner Hose, Taschenferkel. So, hier. Was ist mit dem Futter? Will ja Tiere füttern. Was denn sonst? Ach, könnte man gut als Investment benutzen. Mhm. Ja, ja. Hier, was ist denn? Geh doch mal aus dem Weg. Da ist sie auch schon wieder nicht mehr da. Hier arbeitet keiner. Hi. Wolltest du nicht Closing haben? Ich hab dir gerade ein Kleid geschenkt bekommen, weißt du? Das hat der Milburn getragen. Oh, oh. Enderman ist abgestürzt. Der sitzt hier direkt neben dem offenen Feuer. Ist auch nicht so gesund, ne? So, wir dürften ja so viele Aufträge jetzt gar nicht mehr haben, ne? Fotorequest und diesen Hör-Start-Dings-Dings-Da-Gedöns. Alles klar. Warte mal. Das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg. Nimm mal einen. Dann können wir nämlich Closes herstellen. Kamera-Fussel, jetzt zum zweiten Mal schon wieder nicht dran gedacht, weißt du? Gerade noch beim Wegpacken. Denk an die Kamera. Gehst du dran vorbei. Hirn. Ich arbeite gleich mit dem Eis-Pickel gegen dich. Manchmal muss man es ja auch motivieren, weißt du? Was ist das denn hier? Eine Perle. Eine Perle Tirols. Guck mal, wie viele Klamotten. Och, was wir alles bekommen haben. Ist doch unglaublich. Mal ganz schnell gucken, wo müssen wir hin? Da ist Foto, da ist Devil. Das heißt, wir können ja da starten. Müssen wir noch wegschmeißen, die Viecher, ne? Äh, Perle. Fleisch. Glibber. Moment, hier war irgendwo das, genau. Knochen und hier den Puh lege ich nur mal zwischen. Hüte, Hüte, Shirt. Dann haben wir einmal, äh... Warum die draußen pennen, weiß ich aber nicht. Weil wir haben doch hier genug. Naja. Wer weiß, was da wieder vorgefallen ist. Oh, eine schöne Uhr. Dann machen wir mal eben Fotos. So. So. Müssen wir jetzt als erstes das Foto machen, ne? Einfach geradeaus und dann links. Dann können wir mal. Also, ihr seht, ich soll hier irgendwie ein Foto von machen, ja? Das reicht. Und damit wir das nochmal gesagt haben, ja? So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Der braucht eine Range, was? Nee, Junge, nochmal, so war das nicht gedacht. Ernsthaft nicht. Ich wollte doch meine Klamotten noch weglegen, ich muss mich doch noch vorbereiten. Warte, warte, warte. Ich mach noch ein Foto von dir, ja? Kann man denn so böse sein? Böses, böses, komm mal da raus, komm. Böses, böses Viech. Na toll, jetzt brenne ich vor Leidenschaft. War hier nicht mal irgendwo Wasser für Abwesende oder was? Warte, 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 ich geh ins Wasser. Alter, was war das? Ich bin ja gar nicht mehr dazu gekommen, irgendwas zu machen. Oh, Kinder, der Kaffee wird aber heiß. Boah, der hat ja dreimal hintereinander, der war ja schon weggeschneckt. Was ist denn mit dem? Ich wollte, also, jetzt mal ernsthaft, was war das denn jetzt für eine Nummer? Ich wollte gerade noch essen, weißt du, weg und dann schnell was essen. Ich dachte, das ist ja... Naja, so kommt man zu einem frühen, frühen, frühen. Was hat er in dem Tag heute so gebraten? Ja, warst du selbstsicher, was Fussel?